Hallo, ich bin Susi Kentikian. Ich habe mich ganz an die Weltspitze geboxt. Aber nicht vergessen, wo ich herkomme. Aus Armenien. Einem armen Land mit einer bitteren Geschichte. Dort will ich mit dem Verein Lebensbaum für Armenien eine Walnussplantage pflanzen. Wenn sie mithelfen, werden es viele, viele Bäume. Am besten 100.000 und noch viel mehr. Denn schon 12 Euro reichen, um drei Walnussbäumchen zu pflanzen. Die Plantage bringt vielen Menschen Arbeit. Die Bäume wachsen, tragen Nüsse und daraus wird ein gesundes Bioöl gewonnen. So finanziert sich das Projekt und wir können noch mehr Menschen helfen. Machen Sie mit! Pflanzen Sie mit 12 Euro drei Lebensbäume. Danke! 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 Danke!